Bevor sie anfängt, brauchen wir noch einen Namen für sie. Warum nennen wir sie nicht Sophie? Ja, Sophie finde ich eine gute Idee. Immer schön reinspaziert, meine Damen. Und was haben Sie gesagt? Deinen Namen habe ich nicht genannt. Wir suchen bei der Arbeit. So, und wie heißt du? Sophie. Dein Name gefällt mir nicht. Bei mir wirst du Fanny heißen. Hey, willst du die wirklich, die Tripper, Lisa? Ach, hör nicht auf die, die es nur sauerweise niemanden nimmt. Ich kann doch nichts dafür, wenn es mir keinen Spaß macht. Irgendjemand wird es dir wohl besorgen. Es macht mir mit niemandem Spaß. Und mit mir? Ich sag's dir doch, mit niemandem. Und wann hat einen neuen Schuppen aufgemacht? Wenn du willst, nimmt er dich und deine Schwester. Ist das alles, was dir einfällt? Nein. Wir fahren übers Wochenende nach Turville, damit du dich erholst. Zur Zeit schaffst du herzlich wenig an. Du zwagst wohl was für dich ab. Das tust du mir doch nicht an. Marie, wir sehen uns kaum mehr, nur noch hier. Wir sprechen nicht mehr zusammen. Ich hab keine Kraft mehr. Nicht mal so viel, um mit mir zu sprechen. Ich hab zu nichts mehr Kraft. Er hat mir gesagt, wenn du zurückkommst, brauchst du nicht mehr anzuschaffen. Gigi und verwandelt? Das glaubst du ja selber nicht. Ich weiß nicht, was du willst. Frei sein will ich sonst nichts. Das ist doch einfach. Ich will frei sein. Ich weiß nicht. Das war's für heute.